Es bleiben im Raum, Keitel, Jürgen, Krebs und Burgdorf. Das war ein Befehl! Der Angriff Steuers war ein Befehl! Wer sind Sie? Das hier ist Mardin, Sie meinen Befehl zu widersetzen! So weit ist das, Alter, Gettel. Der Militär hat mit Belogen! Jeder hat mit Belogen, sogar die OSS! Die gesamte Generalität ist nichts weiter als ein Haufen niederprestiger, treuloser Feiglinge! Mein Führer, ich kann nicht zulassen, dass die Soldaten, die für Sie verblieben... Die Stadt Feiglinge! Verreicher und Verzager! Mein Führer, was Sie da sagen, ist ungeheuerlich! Die Generalität ist doch geschmeust des deutschen Volkes! Sie ist ohne Ehren! Sie nennen sich Generale, weil Sie Jahre auf Militärakademie zugebracht haben, nur um zu lernen, wie man Messer und Gabel hält! Die Stadt Feiglinge! Die Stadt Feiglinge! Die Stadt Feiglinge!